Olaf Schenke von einem Skorbjens und zwar Gitarrest. Auf Tour hier in Deutschland. 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 Ja, das ist eine Geschichte. Meine Kuh kriegt gerade einen Kalb, wir müssen die rausziehen, ich schaffe sie nicht alleine. Und was war los? Da stand diese Kuh da oben auf dem Wagen und hinten so ein Seil raus und da guckten zwei Füße raus. Und da haben wir das Ding rein gepackt und haben das Kalb aus der Kuh hinten rausgezogen. Das Kalb wurde ganz frisch neu gebohrt, schwappte da halbbiegender auf den Boden lang. Jetzt war der Wagen. So, da müssen wir es noch einfangen. So, wie war es, also Geburtstädter. Na ja, da ist schon gut vor, wann er weg ins Schwitzen gekommen. Ja. Okay, dann noch viel Spaß heute und viel, dass du auf der Bühne viel schwitzen kommst. Genau, ja, ja. Okay, tschüss, tschüss. Wir wollen kurz den Song check. Du bist so schmal, zig und doch so schön. Ich will mich in dir verlieren. Und dir, du bist so schmal, zig. Wie weit will es dir gehen. Hier will ich kommen, jetzt du bist so schmalzig. Wie weit will ich denn? Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017